Musik Alter, das kostet! Nix mehr. Blo, sag was zum Sielander-Wettbewerb. Also wir werden heute glücklich versagen. Ich glaube, das war heute nix. Spass. Nee, wenn dann schön sein Ruder oder so. Geht's? Was ist dein Ziel heute? Oh ja, welches Feld. Ich keine Nullpunkte lande. Keine Nullpunkte lande. Keine Nullpunkte lande. Ja. Das ist besser in einem kleinen Bereich ohne zu landen. Das ist hier in Abschnitten, in fünf Feldern gegliedert. Der erste Bereich sind 150 Punkte, wie der Olli gerade auslegt. Der zweite Bereich sind 120 Punkte. Der dritte sind 90, der vierte 60. Der letzte, wenn du Glück hast, kriegst du noch 30 Punkte. Was ist dein Ziel heute? Das Feld treffen oder unter die ersten drei zu kommen? Fragsam noch. Der Gold nimmt vor keiner. Der Gold nimmt. Der Gold. 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 Vielen Dank.